Hi, mein Name ist Cindy Stürmer. Ich bin Marketing- und Markenmacherin für Solopreneure und selbstständige Unternehmer. Das heißt, ich unterstütze selbstständige Unternehmer dabei, sich perfekt zu positionieren, die authentische Personal Brand aufzubauen und dadurch mehr Sichtbarkeit, Reichweite und Kunden zu generieren. Nicht nur das, es geht neben den Bereichen, die ich genannt habe, natürlich auch noch im Online-Marketing und Social-Media-Marketing, wobei ich sehr gut von der lieben Heike unterstützt werde. Genau. Ich bin Social-Media-Managerin und Online-Marketing-Managerin und baue natürlich dadurch deine Reichweite und Sichtbarkeit auf, sodass du deinen Wunschkunden magisch anziehst. Richtig. Und das schaffen wir natürlich nicht nur zu zweit im Duo, sondern haben die liebe Annalena Stör dazu geholt, die mit Leichtigkeit und Freude unsere Projekte managt und tatsächlich im Hintergrund die Fäden zieht, dass die Projekte einfach nur chlorreich erfolgreich werden. Hier können wir gerne sagen, wir lieben es, mit Anna-Helena zu arbeiten. Es ist einfach eine Freude jedes Mal, mit so viel Leidenschaft, Liebe und Freude wirklich die Projekte zum Glühen und zum Erfolg zu bringen. Und hier kann ich von meiner Seite nur sagen, es ist erst mega angenehm, es ist so schön und ich kann es nur empfehlen, mit dieser kompetenten Partnerin zu arbeiten. Heike, wie empfindest du es denn? Ich kann mich der Sinn nur anschließen. Alle Credits gehen hier an Anna-Helena Stör, denn wir beide als Daphine brauchen definitiv Unterstützung im Projektmanagement und da ist Anna-Helena definitiv die richtige Person. Sie versteht uns absolut und bringt es auf den Punkt, sodass wir mit Leichtigkeit unsere Projekte angehen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.